so wir haben nun europa abgeschlossen wir haben zumindest alle szenarien durchgespielt und wir machen nun afrika mit dem ersten spiel ghana gegen lesto ok ghana ist fulminant gestartet führt zu hause in lesto nach nur 24 minuten mit zwei und scheint hier alles im griff zu haben schickst du gar nicht mit fünf weiteren ton auf wolke sieben gewinnt das spiel erziele fünf tore kassiert keine weiteren toren ja ist ja gut übertreibt es mal na gut versuchen wir es was für ein schuss kommt was für ein schuss was für ein fehlschuss gut mal weiter kommt los auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's gut ecke so ich bin immer mal in afrika sind nicht viele szenarien ich glaube ich sechs gesehen sechs szenarien ja sind sehr viele oh je boateng mit dem fehler so so sehr schön kevin prinz boateng und er sieht ihn er sieht ihn jawohl naja nicht so schön so ein 7 zu 0 das hinkriegen doch wer für ghana gut ne muss man ganz klar sagen so gut hier jawohl sehr schön sehr schön und flanke oh je so ghana adi oh je sehr schön also miko babu jawohl so und jetzt nein schade so oh so so ab zum keeper so und boateng jetzt kommt schon den haben wir jawohl so und so und nein scheiße Eckball jawohl Tor durch die boateng hä ist es nicht kevin prinz boateng hä ist es nicht kevin prinz boateng oder ist es der d müsste doch sein das ist die nummer 9 hallo ich bin so richtig verwirrt k.p. boateng schade 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 in der halbzeit wird schwierig genug wieso ok jawohl sehr schön nein immer dieses reinkrätschen da und Spieler wegzuhauen schon krass aber ich darf keine Geld kassieren oder doch darf ich cool probieren es direkt aus ja so naja die krätsche war im nachhinein unnötig weil das hat mir weniger gebracht weil dann hätte ich vielleicht eine gute Kontrasituation gehabt und vielleicht ein Tor aber wer ist die boateng ich weiß nur es gibt zwei boatengs insgesamt das ist einmal Jerome boateng der spielt aber für deutschland und für den fc bei münchen und einmal kevin prinz boateng der für ghana und bei schalke 04 spielt also das sind meine zwei bekannten sachen die ich halt weiß das oder die halt stimmen sagen wir mal so und die mir auch jeder bewahrheiten kann dass es auf jeden fall zwei spiele davon gibt und jetzt boateng ja so try kann das sein sollte immer so ausgesehen Sind ich ab So kann ich hier nicht arbeiten. So, Badou. Jawohl. Das zweite Tor. Sehr schön. Jawohl. Jetzt steht es nur 4-0. Nach drei Tore, Leute. So. Sehr schön. Und jetzt... Schade. Jawohl. Oh. Oh, sogar noch guter Kämpf. Sehr schön. Das ist doch sehr gut. So. Auf jeden Fall gibt es hier viele Boat-Tanks. Oh je. Nein. Scheiße. Gut. Jawohl. So. Nein. So. Oh. 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 Chance. Und avi. Oh je. Oh. So. Nein. 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 So. Montari. Montari. Sehr schön, Montari. Und. Nein. Scheiße. Sehr gut, Ecke. Sehr gut. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, ein Tor zu schießen. So. Naja, so nett. So. So, nein. Scheiße. Nein. Schade. Nein, ich glaube, das mit den fünf Toren, das wird nix. So. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich wollte da nicht hinspielen. Ja, jetzt übertreibt man die Räume mit einem Wechsel, nee. Nee. So. Halt einfach mal ein Board Tank dazwischen. So. Nein. Oh je. Inku. Sehr schön. Boike. Montari. Montari. Scheiße. Nein. So. Jawohl. Schöner Pass. Badum. Jawohl. Da hat fünfte Tor. Noch zwei fehlen. Sehr gut. Komm. Nach zwei schaffen wir. Nach zwei schaffen wir. So. Komm schon. Oh je. Nein. Boah, stark. Schön verteidigt. So. Noch zwei Tore ist noch möglich. So. Und jetzt. Scheiße. Abspielen. Oh, nee. Jawohl. Schade. Gut. Mann. Mach hinne. Alter. Schade. Schade, 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 schade. Leider nicht geschafft. 5-0 nur. Tja, damit muss man leben halt, ne? Damit muss man leben. Okay. Okay.